so herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge mytest creative server so wir brauchen zwei switching power switching stations da brauchen wir ein bisschen copper ein bisschen lv kabel und zwei low voltage transformatoren haben wir nicht nur medium voltage transformatoren warum ist alles eigentlich ich verstehe es nicht das war doch früher alles deutsch ich dachte mit update sagt nur besser nicht schlechter lvk bis da alles andere müssen wir selber bauen ja haben wir hier wir brauchen was brauchen wir dann brauchen wir noch spulen aber nicht okay und wir brauchen noch ja okay ich schmeiß mal ganz kurz ein bisschen eisenproduktion an weil ich merke wir werden wahrscheinlich wieder ein bisschen eisen brauchen wie sieht es denn hier aus wie viel haben wir denn die blöcke sind alle fast leer neun prozent drei prozent 48 prozent ja gut nehmen wir mal hier so ein bisschen was raus packen ein bisschen da rein let's go alles wo passt gar nicht rein sehr traurig aber egal so viel machen wir eh nicht so du ach ne halt hä ach wir haben wir das sind ja direkt eisen dinger ich dachte gerade wir müssen das erstmal also ich dachte wir haben dieses rohmaterial und müssen das erstmal einschmelzen aber ne wir haben jetzt mal 99 ich glaube ich nehme sogar mal noch mal 99 und weißt du was gib mal gib mal her und gib mal nochmal her so dann würde ich nehme ich tatsächlich zweimal ähm direkt mal durch orgel damit wir für diesen cast einfach noch ein bisschen was haben da wir da auch mal müssen immer mal immer mal ein bisschen was brauchen so jetzt was mal überleben wir wollten spulen machen spulen äh brauchen wir diese spul spul auf copper wire so kopf haben wir auch keins praktisch das ist ja plastik spulen plastik spulen 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 hallo ach da so kief mir mal die kopfer wo sei der inventar so voll warum sei der inventar so voll leck mir mal kopf so so besser so ah ne halt da oh was hier unten ah wir haben zu viele icons aber das ist natürlich blöd dass das nicht ausgegraut ist und warum auch immer das hier ist auch ausgegraut ist waypoints und ein paar fehlen noch girls best friend ja süß raube nummer satt die raube nummer satt war ja die die in den büchern war oder schulzeit grundschulzeit schon so lange her ja okay wir brauchen kupfer mal da gibt mir mal so viel brauchen wir gar nicht wahrscheinlich ich mache einfach mal wir brauchen wie wir wollen ja auch transformatoren bauen da würde ich sagen wir bauen einfach mal so grob geschätzt zehn stück das wird auch genau aufgehen aber zwei stück brauchen wir für die switching stations aber auch genau zehn stück über also ja legen wir uns also auf zehn stück fest und für die dinge brauchen wir welche dinge switching transformator ja wie heißen die dinge supply converter wer kommt auf die namen ist alles bullshit supply converter wird kein mensch sagen sondern einfach entweder transformator oder ja switching station was das ding eher als das was eigentlich hier als switching station weil das ist keine switching station ist einfach nur kontrollgerät also controller ja aber egal so auf wie viel brauchen wir das denn da brauchen wir medium und low voltage das brauchen zwei so low voltage brauchen wir also zwölf stück und davon brauchen wir neun stück weil da haben wir ja bereits ein so so wir brauchen wir brauchen wir beide kupfer das heißt wir brauchen jetzt bin ich raus 12 21 also brauchen wir 42 davon 42 ok das hat schon gut geklappt also ja wir brauchen das hier 42 das heißt wir brauchen 42 also 164 kupferspulen 164 machen wir auch zwei mal 82 dann müsste das genau passen so haben wir das schon mal jetzt kommt es alles wieso 41 aber noch mal wir brauchen 21 also brauchen wir 42 wir haben hier gerade gerechnet also wir brauchen hiervon hier brauchen wir 12 wie viel brauchen wir 9 das sind insgesamt 21 mal 2 spulen also 42 nutze ich so hier wollen wir vier stück davon ach so ja hier sind nicht 164 sondern auch noch 168 das macht sinn gut da brauchen wir noch mal viel spulen dankeschön so jetzt zweifel genau perfekt so haben wir die ersten platte dinger wieder und ganz viele spulen so brauchen wir davon also auch 42 haben wir aber nicht die dinger hat man einfach dem die dinger kockt äh glue am glue double die double äh aber so wir brauchen 42 wir haben 24 das macht nach adam riese ich kann nicht rechnen lassen mir ruhe 18 ist 18 richtig nein 24 ich kann gerade nicht rechnen was sind 24 plus 18 24 plus 18 doch sind 42 ok also brauchen wir noch 18 stück ok 18 ist also genau drei mal das da also müssen wir drei mal einschmelzen kann ich die gleich mal rausnehmen 14 1 2 3 1 2 3 Dankeschön wow sicher schnell bombe let's go so jetzt hier noch was brinne ne ne nö ok 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 so dann können wir jetzt also hier ne haben wir schon äh da brauchen wir jetzt carbon steel carbon steel brauchen wir Coal Dust Vielleicht haben wir nur noch zu wenig Eisen, wir hatten doch Oh, ich lasse meine ganzen Eisenlinge hin Hatte ich nicht noch zwei Stacks Eisen? Ich bin verwirrt Das kommt noch da, das noch da Ah, kein Wort der lange Achso, wir haben ja auch Carbon Steel, genau, da hatten wir noch noch welches Carbon Steel, genau, da hatten wir noch welches, okay Da brauchen wir zwölf Stück Zwölf mal Medium Das Treppe, was wir hatten, war ein High Voltage Ding, ne? Ach ne, es war ein Medium, ah, okay, ja, Medium Das heißt, wir brauchen von Medium nur 11 Und von dem anderen dann 10 Okay So, das heißt, wir brauchen 11 mal 50, also 55 Carbon Bohnen Das sind 62, sollte Python Alles So, 10, 11 Let's go Du kannst gleich noch da Ja Und dann brauchen wir jetzt noch normales Eisen Und da brauchen wir genau 10 Stück von Oh, passt ja genau Na klar, muss ja Ähm, so So, das heißt aber schon mal das Jetzt kommt Switching Station Und da brauchen wir, haben wir, haben wir, brauchen wir zwei Stück von Und dann brauchen wir jetzt noch, äh Wie ist das Ding jetzt nun mal, Mann Äh, Supply Ja Das haben wir Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Kabel Wir brauchen noch ganz viel Kabel Äh, die Sachen haben wir, das haben wir, die haben wir jetzt, äh 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 Topfile Für, für, für ein Transformator Für was das denn? Haben wir nicht Müssen wir das auch noch machen, okay Dann, äh Gold Für was auch immer das jetzt schon wieder Äh, Gold 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 Aber, haben wir nicht mehr so viel Äh Brauchen wir dort noch ein bisschen was Äh Ähm Werden nur einer, die sind Goldklumpen Das ist aber traurig Zum Glück haben wir unten noch ein bisschen mehr So So Äh So gut egal wir brauchen 10 stück dann die dinger silicon wafer und gold dust wie viel brauchen wir brauchen ein stück und bekommen immer einfach das ganze zehn mal das heißt wir brauchen unsere schleifmaschine packen da 12345 rein ok zehn mal das draus kriegen wir nicht ja ich glaube ja aus denen aus den roten der thema rausbekommen die eingeschmutzene nicht weil die ja bereits gedoppelt wurden passt dann brauchen wir jetzt noch das zeug hier da brauchen wir einfach sand und cold dust sand und besondere ja normal fand so dann kommst du nach da da brauchen wir viel stück von doch das ewig kann ich mal anfangen mit den kabeln als zu viel ich hätte ich hätte es jetzt achten weil immer zwei braucht ja komm her fertig von daher das kopf 2 noch ja ja so und die dinge kommen jetzt da rein und da muss gold dazu und darauf ist jetzt die kurzen blauen dinger werden so wir brauchen kabel brauchen wir auch ganz viel kupfer da war so ein block von plus die 20.000 blöcke die noch da drin sind also was aber wichtiger ist ist wir brauchen dieses komische gummizeug die umwandlung wo ist denn das da da brauchen wir einfach plus papier das ist klar das könnte ja machbar papier müssen wir noch ein bisschen was haben sehr schön aber ich glaube ich würde dann gleich mal noch ein bisschen was einsammeln da wir das ja durchaus noch öfter mal brauchen äh 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 nanu oh das ist eine ratte du ratte äh war das hier ja wow 500 aber wie gesagt ich würde lieber gerne noch mal ein bisschen was frisch einsammeln denn das brauchen wir doch öfters mal wenn wir haben wir haben etwas so viel angebaut damit wir immer schön sammeln können und das ist gar nicht so sehr gewachsen naja naja easy so okay papier alles so viel kann ja gar nicht weißt du was dann ist wieder ein bisschen papier auf vorrat ich glaube wir hatten sogar hier noch ein bisschen aber ja viel ist es nicht das ist echt ganz schön wenig sollte aber erst mal für ein paar kabel reichen alles machen wir erst mal 100 das deck das passt dann ist es noch 100 blätter das geht weg ok ok dann haben wir brauchen jetzt noch ein bisschen was für den schwarzen das war ich glaube einfach die komischen schwarzen die hier alles gut können wir wenn wir schon dabei sind eigentlich ein paar schwarze dinge machen ohne dafür kohle das und roh latex da war noch ein bisschen was davon welchen verhältnis doppelt 150 brauchen wir also 75 mal kohle so können wir die nämlich auch gleich mal anschmeißen hier ähm 8 4 einmal 70 und dann ah ne geht da gar nicht muss eine geradezahl sein na gut bleibt hier 1 übrig und da 2 whatever jetzt haben wir schwarze kabel weiße kabel haben wir was brauchen wir noch haben wir haben wir noch mal ja gut ich mache direkt jetzt das haben wir auch ja warum muss man hier von wieder ein paar und dann müsstest du wirklich alles haben ja praktisch und wir sind voll oh mein gott packen wir mal ein paar innen geht es weg da 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 und da die können wieder in die maschine rein der sand kann auch weg die dinge können auf jeden fall weg die packe ich gleich mal hier oben rein die waren hier unten glaube ich zumindest irgendwie so wenn da unten plastik drin ist warum ist denn hier oben plastik drin das macht schon wieder keinen sinn schon wieder hier alles doppelt gemoppelt jetzt bin ich verwirrt plastik plastik ach das basic materials deswegen gut dadurch dass jetzt auch noch beides englisch ist kann man die gar nicht mehr auseinander halten wenn man unten nicht diese diese item strings aktiv hat so wie ne unten dieses Home Decor Doppelpunkt Plastic Sheets ist ja dieser item string und damit der angezeigt wird das musst du halt extra aktivieren das heißt bei normalen Spielern die das unten gar nicht sehen die sehen halt nur Plastic Sheet Plastic Sheet und denken dann hast du es nicht vor allem weil wir halt auch noch genau die gleiche Textur haben ist das dumm ob ich da mal an Elias einrichten kann ob das funktioniert dass das dann beides das gleiche ist ja gut lass es mal so okay ähm wir brauchen Platz das heißt du kommst erstmal wieder da rein Kupfer und Gold und da rein und dann rollen wir mal die Maschinen aus easy und bauen jetzt mal die Trafos alles warum nur 8 was fehlt schon wieder das haben wir 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 wir haben doch alles was fehlt denn helfe viel feld trafos warum haben wir hiervon noch haben wir davon 12 ach die dinger haben low voltage trafos gebraucht gut dann können die bei der familie kirsten wir brauchen davon noch mal zwei danke dafür kupfer karl kann wir alles raussuchen weil wir wieder alles brauchen auch so kacke haben wir kein fein bei mir oh gott was habe ich getan noch gebraucht nein ich gehe jetzt mal da rein let's go da brauchen wir noch normales Eisen Blöcke 10 Stück dann brauchen wir Kupferspulen zweimal ja das ist genau das ist genau Threadsheplastik das ist doch behindert warum geht das nicht was ist denn falsch achso ich freue mich auf das Ding nein brauche ich nicht brauche ich hä was was will ich mit dem Plastik ich bin gerade alter ich brauche doch die Dinger hier goddammit wir brauchen acht Stück so aber hier fand ich vier Stück wieder nur zwei Stück ach weil ich wieder nicht zählen kann ist ja schon wieder kaputt haben wir oh oh ich habe mich noch geeisen Dankeschön so müssen wir nicht alles haben geht doch Mann war das eine schwere Geburt schon wieder dann kann das du kommst da rein Paper kommt noch da oder so gut das kam da rein okay dann bauen wir nächste Station äh nächste Folge die Trafo Station äh also die Trafo Dinger und ja bis dann